Hallo und herzlich willkommen zurück. Schrippe, kennen wir doch der Diamond-Spieler von gerade eben? Ja, genau dieselbe. AHAHAHAHAHAHAH Ich werde den Richtig Kotzen. Falt. Können wir einen Reaper haben bitte? Kann irgendjemand Reaper? Er hat alles Regime geschlossen. Können würde ich nicht sehen, aber ich kann spielen. Wollen wir da eine Sabia reinpicken, bitte? Hast du die Maus langsamer gemacht? So, Leute. Na, das fängt ja gut an, wie ich so sehe. Diamond-Spieler, cool. Moment mal. Der? Zur Lucke? Ist das ein Witz auf den Lucke? Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist nicht, dass ich mich bei Lucky verschrieben habe. Es geht los, Matis, hallo. Es geht los. Happy heißen würde. Matis! Matis! Was soll ich denn picken? Ich nehme eine Diva. Wir sind jetzt schon auf dem Punkt. Irgendwas, wir sind schon beim Punkt. Die Dreckskerne. Vorsicht. Na ja, der ist ja noch nicht verfügbar, ne? Och, Leute. Good Job. Na ja, die lebt noch. Oh, nee. Wieso? Hilfe. Cause. Ähm. Na, drei Leben. Boah, ich habe mich gerade mit einem Schuss. Ja, jetzt kann ich meine Brücke wieder richtig aufsetzen, denn es ging plötzlich los. Und, äh, ich habe gerade meine Brücke geputzt und dachte mir so, uh. Ja, äh, das probieren wir nochmal mit allen Leuten, wa? Ja, sorry. Alle zu mir! Brauchen wir überhaupt ne Diva? Sag, wenn wir loslegen. Ja. Wollen wir? Jo. Der wird heiße angeschossen. Wow, wow, wow. Nein. Nein! Wir Heiler vergolden uns hier hinten in Topo. Und der Rest ist einfach... Wir sind hier alle draußen! Wir sind alle draußen! Mit Blendengranate ein Stück früher! So ein Hauch! Ich bin am sterben! Hilfe! Ach, ich hasse WoW, wenn ich lieber spiele. Ich muss nah ran! Und dann hat der nicht, wenn der gut ist. Die schlechten Fläche! Boah, Mann, die Diva hat mich! Einen guten Haken, Alter! Eine halbe Stunde, die ich da um den Punkt rumtänze! Und die, 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 die... Die Divas hat mich verfolgt und die Diva! Ja! Ich hab fast auch Lust. Okay, noch mal organisiert? Nicht. Ah, die haben so viel Schaden. Äh, also ich hab meinen Ult. Lasst mal vorne reingehen, bitte. Und nicht an der Seite. Ich hab auch meinen Ult. Ich hab auch meinen Ult! Was?! Ich hab auch Ult! Ein Stück hinter dir, Felix! Ein Stück hinter dir! Der Warthog hat mich mit einem normalen Schuss getötet! So einfach kriegst du mich nicht! Tja, Kappa! Kappa! Wollen wir? Jo, rein, rein! Rein! Der hat sich halt auf mich abgesucht! Der hat sich halt auf mich abgesucht! Was? Warum sind die nicht gestorben von deinem Ult, Matis? Wollen sie cheaten? Hilfe, ich hab ne Tracer am Arsch! Die Tracer hat mich gekillt! Auch! Die Tracer hat mich gekillt! Ja, mich auch! Was? Die sind schon bei 99?! Krass, wir haben jetzt den Punkt! Gleich! Gehabt! Äh... Das war so Unlucky! Ich bin nämlich gerade rausgegangen, um den... Blue-Shoot zu handeln! Und genau dann kommt der Reaper rein und zu Nippe in Höhe! Ich hätte den Locker flashen können! Warum jetzt mein Spiel immer so fest? Lass uns mal Gas gehen! Ja, Dennis! Wollen wir was an der Team-Composition ändern? Ja! Soll ich... Warte, warte, warte! Soll ich n' Reinhard nehmen? Würde ganz gern von der Mercy runter! Dann brauchen wir aber ne Anna, sonst macht der Reinhard... Ich nehm gerne die Mercy! Ja, aber wir brauchen Lucio! Also nimm erstmal irgendwas anderes, dann nehm ich ne Mercy! Ja! Dann nimm du n' Reinhard und ich bin auf Tracer! Dann brauchen wir jetzt n' Lucio und ne Anna! Ich nehm Lucio! 5... 4... 3... Der Anna? Ja! Na dann halt nicht! Gebrauchen, also... Ja, dann machen wir's mal mit dem Lucio! Ja, dann... Dann machen wir mit mehr Schaden! Ah, okay! Ich kann... Also Anna spiele ich nicht oft, aber... Also eigentlich habe ich Anna bis jetzt 2x gespielt! Oh! Wo? Hilfe! Da sind äh... Reaper! Reaper und Tracer sind hinter uns! Sehr los! Ja, ich bin gleich tot! Reaper und... Tito! Äh... Spacerbomb! Die Diva hat mich weggemacht! Ja, die braucht ja nicht mehr viel! Der Reaper hatte ich ja ganz schön schon! Äh... Der Reaper! Der hinter dir stand! Welcher Reaper? Hinter mir! Yo, äh... Lasst mal fokussen! Zuerst den Yatta! Dann den Reaper! Dann würde ich sagen den Rotog! Und dann Freiwild! Dann die hat äh... Reaper und Tracer rum! Dann hätte er auch schon wieder Reaper! Der Reaper ist immer dann low und dann... Reaper ist tot! Dann hat er sich getötet! Dann hat er sich getötet! Hinter mir ist die Tracer! Ich bin tot! Kommt zu nisch! Die werden die ganze Zeit die Tracer getötet hinter mir aufschlauen! Jaaa, die Tracer schon wieder! Jaaa, die Tracer schon wieder! Ist so imprimiert! Jetzt wird's massiv! Und doch mal! Ich will das jetzt wissen! Ah... Der Reaper! Ne, keine Chance! Der... Keine Sorgenpreise! Ich bin euer Dua! Der Reaper! Der Reaper! Der Reaper! Der Reaper! Der Reaper! Die Reaper! Jaaa, ich hab sie eh nicht interessiert, ne? Nee, das hat die überhaupt gar nicht interessiert. Das war halt dann... Zenyatta-Ulti! Okay. Ich glaub, wir experimentieren auch ein bisschen zu viel. Ja. Wir spielen halt jetzt in 2. Wir spielen halt... Ja. Okay, wollen wir nochmal alle auf irgendwas... Naja, jetzt ist egal. In dem... Das Spiel machen wir so zu Ende. Ja, Flo... Wenn Flo stirbt, kann er gar nicht nochmal was anderes nehmen. Ja. Ja, hinter mir ist Weeper, hinter mir ist Weeper. Felix! Ich bin schon hinten, wenn ich von hinten gekillt... Ich bin schon hinten, wenn ich von hinten gekillt... Ich bin schon hinten, wenn ich von hinten gekillt... Ja, ich ruach immer, ich schmul mal. Stirb, stirb... Punkt, der Stand... 0 zu 2. Die Sache ist noch nicht gegessen! So funny, diese Guys! So funny! Okay, was nehmen wir jetzt, ja? Ja, äh... Hauptsache Charaktere, die wir spielen können. Dann geh ich auf... Das ist das Leben scheint wie für dich gemacht. Und du bist noch immer so hübsch wie damals. Wechselt ihr Anna, Flo? Ja, ich überleg gerade, was ich dafür nehme. Aber da wäre keine... Wieso? Wieso? Naja, wir haben jetzt nur dich als Heiler gerade gehabt, oder? Ja. Ja, ansonsten hätte ich auch auf Heiler gehen können, das... Ups. Ups. Alter! Alter! Yeah! Alles gut! Ah, das ist ganz unwitzig gerade. Oh! Gott sei Dank! ich muss mal kurz die tür aufmachen nein du hast noch deine freundin schläft na ja wir geben doch um die uhrzeit noch eine tür ja ja ich weiß nicht dass betreffende person kommt ja der hat sie peck aber wir sind gerade ich sag ja nur dass ich theoretisch die tür aufmachen müsste ich sag ja gar nicht so dicht an der ult ne da kam der reaper mit seiner ult aber das war ganz lustig als wir verloren verloren haben da waren wir ganz klein laut jetzt haben wir große fresse haben aber das können wir gewinnen der reaper ist anstrengend der reaper ist anstrengend kommt ihr? ich bin direkt hinter dir ach der reaper kommt von der seite wir gehen in die échelens die k drawings also die klinge die klinge die klinge die klinge Ah ja, am Stich gelassen. Wann unsere Heide alle tun? Nein, ich war noch im Leben. Ich heine halt nicht so viel. Ich hab sogar meine Fähigkeiten, das ist statt neben dir. Kann mir mal jemand erklären, warum man meine Crew und dauernd nicht macht? Der Wotok will uns rechts ran ziehen. Ah, Reaper. Ach. Joa. Okay, wir sind zu lang, sind aber auf den Punkt. Wieso? Oh. Missed. Ja. Nein. Nein. Sehr schön. Also, wo waren wir noch gleich? Achtung, da kommt der. Roadhog. Ja, wir müssen schon mit dem Klu-Klu, die du reinkam. Schöner Discord. Reaper rechts, Reaper rechts. Reaper ist, äh, Akku gefallen. Ja. Ja. Sehr schön. Ah. Reaper ist bei mir. Reaper ist bei mir. Reaper, Vorsicht. Nice. Good Job. Wie war das so einfach? Wir bleiben lieb und nett. Wir sind doch immer die Nütten. Sie hören hier schließlich auch nicht. Bleiben wir in der Konzentration? Wir sind nicht in die Schuss, um nicht in die Schuss zu laufen. Ich denke, ich muss auf Reaper wechseln. Der war auch ein K. Ey, ich bleib, lass mal. Der hasste mich, wenn ich jetzt ne Eiswand mache. Ja. Was ist das denn für ein unfreundliches Arschloch? Den melde ich. Unfreundliches Spiel, gibt's da bestimmt. Ja, muss es geben. Die Tracer und Roadhog So, wo beide hinter uns? Ja, die ist ein Roadhog, Christian Mit dem Leaper Leaper down Du bist hier auch down Der Roadhog, lebt doch Nice Good job Irgendjemand ist da oben Weiß nicht wer, aber Ah, ok Achtung, Discord auch noch mehr Danke Tracer ist in der dir, Felix So, willst du dich irgendwo bei Christian? Weaper hinter uns Ah, Felix ist tot Nein So Ey, jetzt Alle da? Mach nicht Jetzt könnt ihr rein Reaper von hinten Reaper von hinten Sehr schön Achtung da, Ult kickt rein Die Tracer hat grad drei Mann gezudelt Geht zurück, geht zurück Alle tot Alle tot Sind aber auch schon wieder alle zusammen Sind aber auch schon wieder alle zusammen Wie er ist grad ein Ulti-Spam da drin war Von jedem Team Ja, äh Und jemand müsste initiieren Bei Toten Ich hab nix Aber wie bei Totes kann ja nichts mit dieser passieren Ah Ja, hat er fast tot, ja Ich hab nix Mist Nein Reaper Das ist jetzt aber auch hart Tastig Okay, jetzt nicht mehr Fuck it Alter, komm, komm, komm Ich kann direkt ein Ult reinschmeißen, wenn ihr wollt Wir müssen... Nein Wir müssen raus Nein Okay Der Reaper wieder von hinten Good job Der Reaper is down Und hier ist Tracer Mist Mist, ich bin tot Othog hat mich rausgepickt Was? Na schön Reaper Hinter uns Schon wieder so intense Entschuldigung Ich hab mich noch versucht so zu drehen Das ist Entschuldigung Oh, der Reaper is down auf jeden Fall von hinten Oh, der Reaper is down auf jeden Fall von hinten Es ist so nerveneifragend, Leute, das gibt's nicht Ja, jawoll! Boah, ist das erstreckt! So, und wir machen weiter. War ne gute Runde. Ist doch egal, die Typen sind gemein. Und wir schreiben weiter in Good Round. Vielleicht verlässt dann auch irgendwann mal Krippe das Spiel. Ich hab mich auch fast ausstetig auf den... Ein verhaltlicher Mensch, wollte ich sagen. So, jetzt machen wir das selbe hier nochmal. Huh, Leute, huh! Tief durchatmen! Ich kann nicht mehr. Nein, du hast weiter zu machen! Ich halte diesen Druck nicht stand! Das ist mir egal! Reiß dich am Schlüpper! Ja! Geschlossen vorne, bitte! Geschlossen vorne! Ja, warum lebt denn die jetzt nahe? Nein! Notherk hat mich. So, es geht wieder. Jemand muss sich um die Trestle kümmern! Das ist gut. Oh, ist okay. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Bock, leben! Ganz dringend! Bin dabei! Nein! Du musst diesen Bord noch mal loswerden. Und den Weaver! Geist! Ah, Mist! Der hat mich jetzt... Nein! Die Band! Ich hatte gehofft, ihn noch zu bekommen. Können wir hoffen. Da ist noch ein Lucio. Nein! Aber nee! Fuck! Felix wird grad irgendwie weggehauen. Die ganze Zeit. Ihr seid zu dritt, zu viert. Das kriegt er hin. Ich komme! Ich bin gleich wieder da. Die meisten sind auch tot. Die haben grad Ruhe quasi. Die sammeln die wahrscheinlich. Oh ne! Die Diva stimmt immer. Mist! Ich hab die Diva verfehlt! Sandiator tot! Oh! Der Bull! Reaper! Reaper links! Reaper links! Links! Reaper! Oh! Fast runtergefallen! Können den Reaper-Propos denn die haben wollen! Shit! Na! Das war's! Warthog zieht mich ran! Ich schubs ihn! Naja! Aber ich hab am wenigsten weggeschubst! Dann bin ich wieder in die Diva holt hier rein! Ja! Was? Ich hab doch gecoot! Was? Ich hab doch gecoot! Wie lange braucht ihr denn zum... Hammer down! Meine Güte! Okay, dann gehen wir wieder von vorne rein! Der Reaper ist über uns! Über uns! Die ist bei 81%! Wir haben bestimmt ulten! Ja, das stimmt! Ja, das stimmt! Ich schwirr... So viel hat der nicht, ja gut! Zwei! War nur zwei! Das ist in Ordnung! Wir warten jetzt einfach bis die wieder da sind! Gehen dann rein! Von unserem wichtigsten Damage-Dealer! Ja, der... Der Reaper steht direkt links in die Ecke! Ja! Nice, Eric! Sind alle da! Dann können wir! Wunderbar! Dann jetzt rein! Nein! Der Reaper hat kein Ult! Jetzt! Jetzt! Der Reaper ist übrigens hinter uns! Ja! Er hat mich! Ja! Er hat mich! Unter dir! Hammer hoch! Vier Paar! Vier Paarke! Hit the rear Sweeper! Jawoll! Good job! Ja! Jetzt ist es nur Halt! Ist da immer noch was rum? Ja! Die Tracer! Tracer ist tot! Ulti! 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 Von ihm! Er ist weg! Was? Ah, ja! Was hat mich denn da von der Seite geschubst? Was hat mich denn da von der Seite geschubst? Eifach! Ah, die Tracer ult! Fuck! Geil, das schafft der! Doppelkill! Gewonnen! Jawoll! Aufgeholt! Well played! Das war gut! Äh, Chapeau! Gut gespielt! Schlechte Einstellung! Ja! Das muss man sagen! Ja! Stirb! 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 Wie schnell die Maus ist, wenn er drunter trifft! Ja! Ja! 32% des Teamschadens ist schon nice! Ah, jetzt haben wir uns aufgesplittet! Oh, einer der Gegner! Danke! Danke, Leute! Ja! 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 Jetzt muss ich auch mal rauswerken lassen! Wenn die so arschig waren die ganze Zeit, gab ich jetzt auch mal! Gut wieder gefangen, Jungs! Gut! Ich hoffe! Nein, sie hielten einfach nicht so, wie wir dem Druck stand! Wir leben im Druck! Wir sind Diamanten! Wir werden darin geformt! Genau! Genau! Das, was er sagt! Gut! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Meine Lieben! Schaut doch mal auf Facebook und Twitter vorbei! Lasst ein Like da! Lasst einen Kommentar da! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ich hoffe, es hat euch gefallen!